und herzlich willkommen hier ist wieder euer gamer jaco im ets 2 my single player ja wir stehen hier in linz und wir fahren jetzt nach wünschen am container geladen also ist wie gesagt ging es ja und dann wollen wir jetzt mal noch wünschen hoffe dass wir kommen ja aber so schönes wetter heute sage ich mal hier ja lassen wir uns mal überreichen sind so etwa 300 kilometer wo haben denke ich durch die alpenrepublik österreich fahren macht schon spa also ist dort ja oft bin ich da schauen wir mal aber ich denke wir waren gekommen keine probleme bisschen was so kommt es läuft alles musik mäßig und wir haben neues update von ist da muss sehen so ja die man sich ankommt ja was gibt es sonst so neues auch nicht viel also gibt sie eigentlich und schön gemacht mehr österreich auch ausgebaut ist es biege nach rechts ab auch Hier in Europa sind halt viele Autobahnen, so passt das auf alle Fälle. Nichts, sage ich, verfahren. Ah, das geht auch schnell. Den werden wir hier nicht kriegen, denke ich. Sind top aus hier. Da sind wir ja mal gespannt, wenn wir jetzt in München sind, wie das da aussieht, ob wir da uns einer können. Den klappt das nicht. Aber ich glaube, das ist toll. Schauen wir mal. Okay. Blug auf. Wir laufen, ne? Wir laufen, ne? Wir laufen, ne? Wir laufen. Wo ist das, passt auch. Die Landschaft ist schön. Die Landschaft ist schon schön, also da hört es an. Herrlich. Aber man sieht halt hier viele Autobahnen. Aber, können wir machen. Aber wie gesagt, SCS hat es ja Österreicher schön ausgebaut. Heu gebaut teilweise. Also das finde ich echt. Ja, läuft auch gut. Als weit ist es ja nicht mehr, dann sind wir ja fast da. Das macht schon Spaß. Ja, mal sehen, was wir machen. Ob das Geld reicht für einen neuen LKW Anhänger. Also einen Trailer. Beziehungsweise für eine Garage, müssen wir halt mal sehen. So wie ich es mitgekriegt habe, haben die jetzt auch einen Kredit abgezogen. Also, ja, müssen wir mal schauen. Bitte links halten. Ah, kennt der Engwehr. Und nix werden. Ich glaube 180 oder so kostet, glaube ich, eine Garage. Und dann schauen wir mal. Man kann halt nur immer ein bisschen hin und her fahren, bis das passt. Ich kann halt bisschen Geld verdienen. Dann mal offline schauen, wie es aussieht. Und entscheiden wir, wie. Bitte links halten. Ja. So, und schon sind wir jetzt in Deutschland. Ich glaube, das ist ja auch alljährlich so wahrscheinlich in Deutschland. Und ja, bis München sind es jetzt noch 500 Kilometer. Von daher ist es auch easy, da hin zu kommen. Aber wie gesagt, die Landschaft hier ist auch herrlich da. Ja, viel an der Autobahn sieht man halt nicht. Das ist halt die andere Seite. Ich finde es trotzdem. Ich finde es trotzdem top wie es hier läuft. Mit Edition. Ja. Keine Probleme. Vorbeifahrt bis zu Anstieg. Aber ist aber ein ganz schöner Verkehr hier, muss ich sagen. Look to wish. Einmal nur haltet. genießt es einfach die fahrtage also ohne irgendwelche versuren ankommen und so das es ist ja klar für den auftrag kriege ich nicht viel wo immerhin ich meine euro haben und ich haben das ist schon ein bisschen was und dann noch 53 kilometer ist nur weiß gott nicht viel da sind gut dabei muss ich sagen ja jetzt bin ich auch halt gespannt wann das westbalkan dlc auskommt muss sehen wir ja im juli august oder sowas glaube ich alles kommt genau weiß natürlich nicht beziehungsweise ich bin auch gespannt ob irgendwann das rascher dlc auskommt weil die haben das ja auf eis gelegt wegen den krieg da und und bin ich auch echt gespannt ob da mal was rauskommt oder mit mich ja schon interessieren das ja nicht aber naja warten muss mal ab bitte links oh ja hier haben wir ja wieder ein foto alt so haben wir gleich mal bis dahin bis dahin dunkel wäre es bestimmt noch schöner dick da können wir ja immer noch so da haben wir das foto auch gemacht einer foto halten wir schüssen bis dahin 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 hier sehen wir schon in münchen perfekt ja da werden wir mal hier gerade auch warte mal wo ist das ich geschafft hier die relativ schnell die tour also das passt schon wir müssen rechts abbiegen biegen nach rechts ab hier endet es ja so wird schon mal und 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 es wird nix da komme ich so besser zu so wie immer halt das kennt ihr ja aber ja dann sage ich wie immer vielen lieben dank dass ihr dabei war ob es hat euch ein bisschen gefallen über like und aber würde ich mich sehr freuen und dann bis zum nächsten mal heute mocha go